Hi Leute, heute habe ich eine Sache, die vielleicht jeder im Haushalt hat. Kleinen Moin. Und zwar ist das das hier. Also kein Trinkglas, sondern hier sind Batterien drin. Hör mal ran. Das sind Batterien. Leere, halbleere, volle. Kennt ihr das? Da reißt man die Packung auf und dann braucht man eine Batterie davon und die restlichen 6, 8, 10, was weiß ich wie viele da drin sind, die kugeln dann alle so raus. Weil diese ganzen Verpackungen dann eben nicht so geeignet sind. Dann nimmt man die und packt die dann irgendwo in so einen Becher rein oder in eine Schublade oder jeder hat da so seine Verstecke. Und was passiert, wenn die ganz blöde liegen? Dann kann es zu einem Kurzschluss kommen. Das passiert, wenn Plus und Minus irgendwie zusammenkommen und die Batterien, ja, wenn da so viele aufeinander liegen, dann kann das schon mal passieren, dass da, ja, ein Kurzschluss passiert. Und dann, Kurzschluss heißt vielleicht Brand, was wir ja nicht hoffen wollen. Und da habe ich mir was einfallen lassen, ja, damit das eben nicht passiert. Und was das genau ist, das zeige ich euch gleich. So, und hier habe ich in meiner Rumpelkammer wieder angekommen. Man sehe, man sehe. Hier habe ich mir jetzt ein Stück Holz aus dem Baumarkt geholt. Das war doppelt so lang. Habe ich durchgesägt, also einmal getrennt, damit ich zwei gleiche Stücke habe. Und hier kommt jetzt noch eine, wo bin ich da? Hier kommt noch eine Halterung ran, dass ich dieses Stück Holz dann auch an die Wand schrauben kann. Und, Moment, wo habe ich jetzt meine, wo habe ich denn jetzt meine Batterie? Meine Batterie ist weg. Meine Batterie ist weg. Oh nein, meine Batterie ist weg. Okay, nee, da ist sie. Hier ist meine Batterie. Da ist meine Batterie. Und diese Batterie, wo ist, zack, zack. Und dann stellen wir das einfach da rein. Und von diesen Löchern habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 Stück. Und das Ganze mal zwei, habe ich also 36 solche Dinger. Und das sollte für alte Batterien und für neue Batterien locker reichen. So, was habe ich an Material verwendet? Ich habe eine dünne Leiste von 90 cm. Die habe ich dann durchgeschnitten, also habe ich zweimal 45. Und eine etwas dickere Leiste von 90, die habe ich auch durchgeschnitten, also 45. Dann habe ich das ein bisschen ausgeklingt, sodass die nachher hier reinpasst. Und das Ganze werde ich dann hier so auf halber Höhe auch nochmal machen. Da kommt dann die andere Leiste rein. Und somit habe ich zwei Halterungen für insgesamt 36 Batterien. Und das Ganze kann ich mir dann irgendwo in den Keller oder in der Kammer hängen. Und da kann man wunderbar die Batterien rein machen. Das Ganze kann man noch bepinseln mit Farbe. Und wie das Ganze dann ja fertig aussieht, das zeige ich dann hier nach. Für die Löcher habe ich verwendet diese Art Bohrer. Einmal für diese kleinen 3xA Batterien 12 mm. Und für die großen Doppel-A Batterien 16. Weil die großen A sind 14 und die kleinen sind 10. Da diese Bohrer aber jetzt in meinem Sortiment nicht vorhanden waren, habe ich jetzt diese genommen. Und das geht auch. Jetzt ist das Regal fertig. Und klar, einen Preis kann und will ich auch gar nicht damit verdienen. Aber es erfüllt seinen Zweck. Ich habe das hier in meine Kammer an die Wand geschraubt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier meine Batterien reingestellt. Und ja, für hier unten habe ich die 3xA Batterien. Ein Brettchen, damit die da rein können und die anderen kommen da rein und fertig. Und wenn man im normalen Rhythmus, im normalen Verbrauch ist, dann hat man ohnehin vielleicht 6, 8 volle Batterien und der Rest ist leer. Und hier kann man ja sagen, okay, die hintere Reihe sind für leere, die vordere Reihe für volle oder leere. Wie auch immer man das aufteilen möchte. Auf jeden Fall, so sieht das dann fertig aus. Für mich ist es praktisch und wie gesagt, soll ja kein Preis gewinnen. Aber hier geht es mehr darum, den Zweck zu erfüllen. Gut, wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.